Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 67 von Company of Heroes 2 im Multiplayer. Wir spielen mal wieder die Sowjets, haben ein 3v3, wir spielen zusammen mit Schutzen, übrigens komischer Name, und mit Dong Hyo oder so. Oh, Hyo Hyo Hyo, Huyi Bui oder sowas. Ja, wie sieht's aus? Die bauen sogar was, oder er baut sogar was. Ist ja interessant. Sowjets, die anfangs was bauen. Bin mir ja immer nicht so sicher. Naja. Wir werden jetzt auf jeden Fall direkt hier hin, da hin, und warten wir jetzt auf den nächsten Trupp. Joa, gucken wir mal. Der nimmt den auf jeden Fall, gut. Geht mal schön in Deckung hier. Und ihr ebenso, und zwar... Ja komm, wir gehen da hin. Das sollte reichen. Hoffen wir mal. So. Und die Jungs werden danach da durchgehen. Damit wir sie auch zum Bauen benutzen können. So. Hier ist er soweit noch nischt. Schöne Sache. Ja, holen wir uns Trupp oder ein Upgrade? Hm. Trupp. Ja. Eindeutig ein Trupp. Und dann sparen wir die Knete ein bisschen. Danach gehen wir dann da hin. Interessant, dass er den Siegpunkt erstmal ignorieren tut. Wir sind auf jeden Fall jetzt da. Und unser dritter Trupp. Okay. Interessant. Da haben Sie schon welche gefunden. Dies ist doch schön. Wallet sie mal weg. So, was machen wir jetzt? Holen wir uns jetzt ein Upgrade? Oder was machen wir? Wir haben mir gerade nicht 100% sicher. Ah komm. Geht da hin. Hopp, hopp, hopp. Ach, da steht noch Gründersack. Ja, gut. Dann stellen wir uns einfach mal rüber. Ach, okay. Gut, gut, gut. Was war denn das? Die können weg. Das ist ja interessant. Wieso ist denn hier nichts? Oh, okay. Alles klar. Der will sein MG gleich hier haben. Hopp, 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 hopp. Okay, die können weg. Die sind am Kämpfen. Dann auch noch gegen MG. Gut. Das war dann das. Dann holen wir uns jetzt mal Maddox. Maddox. Äh, wieso hat er auf mich geschossen? Ja, dann drauf. Der ist ja drauf. So, ich versuche mir jetzt mal ein bisschen Support zu geben hier. Komm, 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 komm. Macht hinne. So, sehr schön. Ja, das sieht doch ganz gut aus, was wir da machen. Ach, guck mal an. Da können wir uns ein MG schnappen. Das tun wir auch gleich. Das ist immer eine schöne Sache. So. Können die sich mal verziehen. Und die nachrückern. So, das Ding ist auch schon fertig. Was bauen wir denn mal? Bauen wir jetzt wirklich schon das nächste? Ja, doch. Auf jeden Fall. Na, nicht, dass die unser schweres MG da hops nehmen. Na, sieht aber nicht so aus. Huch. Hier. Ja, die haben wir gerade noch rechtzeitig bemerkt. So, dann ziehen wir die auch noch mal zurück. Die sind zurück. Ah, komm schon. Komm schon. Ja, das war nicht so schön. Das war nicht so schön. Aber jetzt dürfen wir ja gleich auch die nächste Textstufe einleiten. Ja, nur bis die da sind, das dauert natürlich auch noch eine ganze Weile. Ja, wow. Wir bräuchten halt ein bisschen Support hier. Das wäre schon nicht schlecht gewesen. Der ist auch fertig. Der braucht immer noch. Hinne, hinne, hinne. So. Objekte wird gesichert. Wie jetzt. So geht das ja nicht hier. So geht das ja nicht hier. Brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal was gegen Fahrzeuge. Aber bei nö. Das brauchen wir nicht. So viel fehlt jetzt schon gar nicht, ne? So, wo ist das Mg? Das müsste hier sein, genau. So, sobald die durch sind. So. Maschinen wird direkt drauf. So, da wollen wir mal schauen. Da wollen wir doch mal schauen. So. Da fehlt immer noch ein bisschen was. Das ist bereit. So. Wo ist denn der Punkt? Blind. Der da oben. Okay. Schauen wir den. Das ist ja auch das Haus gestellt. Werdig. Bisschen verrückt gewesen. So. Jetzt einfach mal ran da. Müssen nämlich mal schauen, wo diese blöde Mörser sind. Da hinten. Kommt mal einmal eben hierher. Das war ein bisschen schneller. Dann wollen wir den mal da Hops nehmen. Ähm, ja. Ah, gut. Die sind weg. Sehr gut. Dann geht mal hier rüber. Können sich auch verziehen. Panzer holen wir uns jetzt. Das ist doch schick. Sieht doch ganz gut aus. Aha. Wen habt ihr denn da gefunden? Wen habt ihr denn da gefunden? Jo. Genau. Ballert sie weg. Bam, 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 bam. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist uns. So. Dann mal ab nach vorne. Und Panzer, du kommst dann auch mal mit. So, und jetzt brauchen wir wirklich langsam mal ein paar Upgrades. Ballert sie weg. Ballert sie weg. Ballert sie weg. Sie können mal weg. Oh, es sind noch ein paar mehr jetzt. Das sind dann ja auf einmal ein paar mehr. Die Schweine. So, das haben sie auf jeden Fall schon mal. So. Sehr schön. So, die kann weg. So. Jetzt ärgern wir sie mal. Jetzt ärgern wir sie hoffentlich mal ein bisschen mehr. Was haben die denn hier so? Oh, das sieht doch ganz gut aus. Ich will mir Druck. Okay. Ergern wir mal die da. Oh. Jetzt hat er da gerade fast seine eigenen Truppen noch gekillt mit. Wieso ist da... Wieso ist das nicht unser? Das geht doch nicht. Da müssen wir mal was gegen tun. Selbst das gehört in den... Okay. Ist so interessant. Ist ja interessant. Dann wollen wir mal schauen, was hier hinten geht. Okay. Ist ja gar nichts mehr. Ist der hier oben? Ist der da oben? Ach, da unten. Da unten. Ja, da fahren wir doch einfach mal direkt hin. Hopp, hopp, hopp. So, was brauchen wir denn dafür? Dafür brauchen wir noch eine ganze Menge. Ach, jetzt auf einmal macht er einen auf... Ich gehe überall hin. Naja, kümmern wir uns gleich drum. So. Dann fahren wir mal wieder hier hin. Was? Wo denn? Ja, dann. Was denn? Wie denn? Hm. Ist doch gar nichts los. So. Ups. Fehlt immer noch was. Das ist ein MG. Alles klar. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. So, dann fahren wir jetzt hier hin. Hopp, hopp, hopp. So, dann schauen wir uns da oben um. Keine Zeit, um die Aussicht zu genießen. Scheint mir nichts groß zu sein. Geben wir ihm einfach mal einen Aufklärungsflug hier. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Jaun. Ach, viel ist das ja nicht gerade, was die haben. Ach, schau mal an. Der hat ganz viele Ingenieure nur gebaut. Der ist da drauf. Der ist da drauf. Dann fahren wir einfach mal in die Richtung. Oh, oh, oh. Die müsst ihr mal ganz schnell wegballern. Sauber. Was ist denn hier? Aha. Aha. Was hauen wir denn da? Bam, bam, bam. Kriegen natürlich ordentlich auf die Fresse. Okay, der sollte jetzt nicht unbedingt... Na gut, er hat ein Angriffsbefehl gegeben. Dann ist es egal. Dann ist das ziemlich scheißegal. So. Wehrt sich aber auch nichts, wirklich. Und, und, und. Paff, Arschloch. Komm mal her hier. Jetzt mal ganz schnell ran da. So. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's richtig aufs Maul. Das ist jetzt richtig übel gelaufen für ihn. Ich würde mal sagen, da haben sie jetzt ein kleines, kleines Problemchen. Oh, ja, ne, das sollten wir nicht tun. Da sollten wir mal wieder ganz schnell weg. Hopp, hopp, einfach weg. Einfach weg. Shit, den hab ich auch weg. Nee, die sind... Die sind, ähm... Genau. So, die müssen wir jetzt nochmal hops nehmen. Ah, dass wir jetzt hier ein bisschen was verlieren, das ist schon klar. Nach der Aktion. Aber das ist eigentlich ziemlich scheißegal, muss ich schon fast sagen. Nichts rückwärmen, los! Schi, 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 schi. Ist das lustig. Was für ein Gemetzel, die wir hier gerade veranstaltet haben. Ja, komm. Wir können sich ruhig mal verziehen. Was liegt denn da so alles MGs? Wir werden angegriffen! Allen möglichen Kram. Allen möglichen Kram. Guti, 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 guti. Die sind hier auch schon so ein bisschen am abärgern. Jo, ich denke mal, dass das Spiel ist wohl... ...durch. Also da wird wohl nicht mehr viel kommen. Oh, alle noch am Heilen. Ach, egal. Ab nach vorne. Ab nach vorne, ab nach vorne. Wir haben eine neue Einheit. Gehen wir jetzt hier hin. Was ist eigentlich mit denen los? Ach, die sind immer noch dabei. Die sind noch dabei. So, was ist damit? Schnelle Einberufung. Das war ja das. Das war das schnelle Laufen, genau. Na, komm. Lasst sie mich nachrüsten. Ja, Genosse. Was geht denn hier? Hä? Die sind sich gut am Krügeln. Uch. Was wollten wir? Nein. Angstpropaganda, Artillerie. Ja, das machen wir einfach mal hier. So, hobbeldihopp, hopp. Ach, da ist doch was. Da ist ja was. Die letzten Rohstoffe, die sie haben. So. Super. Super. Jo, die letzten Punkte, die durchrattern. Vielleicht nochmal hier irgendwie. So, komm. Schnell, schnell, schnell. Kommen sie noch an. Kommen sie noch an. Kommen sie noch an. Wäre schön. Nein, tun sie nicht. Schade. Ja, viel Geld auf der Bank. Gerade noch gesehen. Ein glorreicher Sieg, Genosse. Jawoll. Mal gucken, was das gibt. Punkte technisch. Dürfte ja relativ recht eindeutig aussehen. Ja. Das ist ja okay. Na, wir haben doch ein paar Verluste eingeheimst, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Aber ich denke, das war ganz okay, das Spiel. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir schauen dann auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, Komponier 4.2 Multiplayer. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Auf bald. Vielen Dank.